Hallo, willkommen zurück zu Nicht Celeste, sondern Mario. Aber manchmal ist es vielleicht genauso schwer. Setz du Hübsblöcke ein, um alle Münzen einzusammeln, wäre ich das Ziel. Achso. Okay, darfst nichts verpassen. Okay, dann. Hi. Da waren Münzen, ja! Keine Ahnung, ich dachte, du hübschst beim ersten Mal mit den Münzen durch. Den habe ich nicht hinbekommen. Jetzt habe ich es hinbekommen. Ja, warte mal, du bist da ja hin. Ja, irgendwie schon. Der Block vorher schon da gewesen, hätte ich mir ziehen können. Okay, versuch's ein bisschen chilliger, sodass wir das Level ziehen können. Ah, krack, jetzt bin ich zufrieden. Ja, ja, die waren vorhin aber auch schon da. Du, wenn der da oben ist, hilft mir das nicht so viel. So. Okay. Ah, hallo. Hallo, die ist ja ziemlich langsam. Äh, okay, das ist... Ich hätte das Mario Bros. 1, hätte ich noch nicht draufstehen können. Okay, ich möchte hier durch. Gut. Ähm. Äh, ja. Mach den blauen weg. Ja, will ich. Äh, Mistisch fällt ja nicht mehr. So, also. Okay. 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 Komm schon das Ziel. Wollte ich drauf machen. Tschüss. Scheiße, jetzt bin ich aber gerutscht. Wenn die alle unten wären, hätte ich ja noch gesagt. In Ordnung. Krieg mal hin. Aber dann nach der zweiten hoch? Ja, das... Ist alles sehr, sehr gemein hier. Ja, wenn du dir blockierst, hilft mir das nicht, weil ich unser Geld muss. Ja, wenn man alle sammeln muss, dann stirbt man einfach. Äh. Ich glaube, wenn die Zeitung ist, weil man in der Theorie expected wird, dass man wieder zurückgeht und sie einsammelt. Es geht quasi vom Ziel und es aktiviert sich. Ja. Es gibt kein Ziel. Man gewinnt, wenn man alle Münzen hat, oder nicht? Oder gibt es ein Ziel? Wenn es ein Ziel gibt, dann stirbt man, wenn man reingeht. Ja, ich versuch's. Okay. Oh, das hat ja weh. Das ist irgendwie mega larm. Ja, ich hab gedacht, dass ich oben lang gehst, dann muss ich ja... Ja, er holt in seine Münzen. Ja. Ich kann doch nicht oben lang gehen. Vor allem, der fällt doch da drauf. Glaubst du wirklich, dass ich da nur durchkomm? Oh, scheiße. Ich hab's ja zerstört. Was? 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 Nimm dir ruhig Zeit. Was? Was? Ja, irgendwo halt. Was? Ja. Fall runter, ne? Gut. Und jetzt hier drüber. Ah, Mist. Ich wollte eigentlich springen. Heiß, ja. Sehr heiß ist das Ding. Es ist halt dumm, wenn du das so platzierst, dass er da auch drauf landet. Oh mein Gott, willst du sterben? Nein, nein, ich will nur durch. Ja, schon gut. Du wolltest auch sterben. Das ist mein Eindruck. Ich glaube, das hat sogar noch hingehauen mit der grünen Plattform. Ach, oh Mensch. Ja, ich bin gelaufen. Leider nicht gesprungen. Lauf bist du. Au. Über Luft treten kannst du nicht. Hehehe. Heißt du? Hehehe. Hehehe. Okay, Fall. Hehehe. Hehehe. Oh, gerade dort! Genau dort wo ich sie brauche. Hehehe. Hehehe. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Hehehe. Genau dort wo ich sie brauche. Hehehe. Ja, nicht ganz. Aber... Vielleicht... Hehehe. Die Plattform kommt die zu mir. Hehehe. Hehehe. Ich weiß nicht, was ich hier komme. Hehehe. 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 Ein Senkrechtsta... Gut. Okay, da sind wir jetzt nicht davor durchgekommen. Äh, ja. Genau. Dahin, wo's Geld ist. Ich will immer dorthin, wo's Geld ist. Hallo? Ah! Ich muss erst mal hochkleiden wieder. So. Ah! Ja, ich hätte Grün zerstören können, dann hättest du vielleicht... Der Rote war zu spät da. Ja, ja. Ich will einfach noch mal raus, äh... Ja? Ja? Ja, keine Ahnung, die Münze einsammeln, die auch noch liegt. Ja, ich hab's nicht. Ja, ist immer so blöd. Immer dieser Kassensturz, Mann! Ist das die Art und Weise, wie das Kassenzählen im Mushroom Kingdom ausschaut? Ist das... Ist das auch immer so feurig? Ah, gut. Das ist blockiert. Dann den da. Fallen. Gut. Wo müssen wir hier? Oh mein Gott. 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 Ich glaube nicht, dass er sich schnell gedreht hat. Ja, ja. Es ist schneller als das erste. Aber es war natürlich immer so schnell. Oh mein Gott. 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 Ja genau. Zwischen dem und her. Sehr gut gemacht. Oh ja, hallo. Ich weiß nicht mehr was ich erwähnen muss. Ich weiß nicht mehr was ich erwähnen muss. Jetzt über nix da werde ich springen. Oh mein Gott. 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 Hierfür nehmen wir nichts. Nicht so gut. Nur diese einstellliche Meilenchen. Ich bin 20 Meter wie schluss. Ach ja. Okay. Wenn du meinst. Fall runter. Klicke ein Block hin. So. Gehen wir einmal drüber. Bleiben. Bleiben. Okay jetzt. Oh mein Gott. Komm her. Ja du hast die Roten nicht weggemacht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also dann schrei weg oder so. Und du wirst das ich dir auch noch zerstören. Keine Ahnung. Ich dachte wir sollen auch keine Ahnung. Springen hier halt. Vielleicht kommen wir rüber. Ich hätte dich vielleicht sogar noch aufhören. Du wirst trotzdem runtergelaufen. Es kommt drauf an wenn du nicht mehr in der Mitte oder links aufwängst. Dann habe ich vielleicht noch genug Reaktionszeit. Vielleicht. Nur vielleicht. Hör auf die... Was? Okay. Highway to hell. Hi. 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 Schau, mach das Level weiter. Wie schade denn? Ja. Feuer Cycle. Okay. Das war leicht eng. Aber egal. Du Fallen. Du Fallen hab ich gesagt. Du Fallen. Block da hin. Block da. 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 Durch. Durch. Oh mein Gott. Ich meine, ich kann dir hier ein bisschen Zeit verschaffen. Auf ganzem Schritt in der Mitte stehen. Geht weg. Was den Typen hier twiggert? Ja, okay. Machen wir es so. Ja. Okay. Geht einfach mal drauf. Ja. Geht direkt über den drüber. Achso. Hätte ich das auch. Scheiße. Aber es waren 94 Sekunden. Wir hätten es gar nicht mehr geschafft. Zeit mehr abgegangen. Ja genau. Wir müssen schneller sein. Ja. Einiges. Was? Ja gut. Wir haben gerade eben ja so viel Zeit verkauft. Das hätten wir ja normalerweise nicht. Kommt doch mal an wie lange du hier noch sitzt. Ja. Wenn du hier noch bis 19 Uhr sitzt, dann schaffen wir es vielleicht hören. Ja. Es kommt jetzt aufs Essen. Sobald es Essen ist, dann ist es noch nicht. Hallo Fall. Okay. Ich bin nicht ganz so schön. Ich habe jetzt gehofft. Ja. Ich weiß auch nicht, warum du mir jetzt einen Glock da geben wolltest. Ich weiß nicht, warum ich ihn blockiert habe. Weil du mir einen Block gegeben hast. Der hat ihn blockiert. Ja. Das ist mehr. Hab ich gesehen. Ja. Ja. Ich hatte. Irgendwohin. Irgendwohin. Ja. Ich mache die Augen zu. Ich fange irgendwo hin. Aber haben wir es ja noch nicht geschafft. Aua. Ja. Dann bist du sicher. Ich meine, wir schalten halt auch nur alles frei, wenn wir genug Level schaffen. Die nächsten Level sehen wir dann nächstes. Was machen wir? Alle Jahre wieder. Alle Jahre wieder. Ich will das nicht. Nein, mach den mir doch nicht weg, wenn ich da drauf stehe. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Ich wollte den, der ihn blockiert wegmachen. Nicht den, auf dem du drauf stehst. Ja, aber das war doch der, der ihn blockiert hat. Nee, das war doch nicht zu viel, ey. Ich kann dir sagen, dass der, der ihn blockiert hat. Der war auf dem ich in dem Moment gestanden, weil der andere gerade so winzig wurde. Na Mist. Hätte ich nur gesprungen, dann wäre das alles, äh, viel besser geworden. Oh, okay, können wir uns tatsächlich schon? Ja, klar. Gehen tut das. Muss ja irgendwie auch Gold schaffen können, ja? Äh, das hilft. Ja, ich hab gerade nicht nachgedacht. Ich dachte, wir wären noch bei dem da oder so. Okay, du hast mir Plattformen gegeben. Irgendwie, dann gehen wir einfach weiter. Ich weiß nicht, ob es ist. Ja. Okay, sehr. Ja, du kannst auch den Plan. Nein, der ist zu hoch für mich. Für ihn aber nicht. Oh Mensch. Mann. Ich will den locken, damit er fällt. Du sollst doch keinen Plattformen bauen. Ja, okay. Ich baue nur die ersten beiden zu und dann überlegst du dir was. Dann sag ich mir was. Au. Hätte ich nicht stehen bleiben sollen. Ja. Aber da war eigentlich auch noch keine Plattformen. Hä? Der hat geholfen. Nein. Okay, interessant warst du den. Ich weiß nicht, wie sehr das hilft. Mein Gott, Alter. Jetzt krieg ich den Sprung irgendwie nochmal richtig hin, dass ich mit dem ersten Reingeher eine einsammle und dann mit dem Weg gehe auch wieder eine. Ah. Okay. Ja, okay. Eier. Was macht denn am meisten Sinn, dass ich unter den beiden Flatten Münzen eine platziere, damit du quasi reinläufst? Ich weiß es nicht, was es Sinn ergibt. Ja. Nee, dann musst du jetzt stoppen. Du darfst dich nicht so in diesen Megasprung verlieren dann. Auch weil das schön aussah. Komm runter. Gut. Schnell runter drüber. Nee, nee, nee. Du hast was gesagt, schnell runter drüber. Ja, doch nicht. Weil ich gesehen habe. Ich war dabei. Ich war voll in den Sound. Schnell drüber. Das war zu niedriger Sprung von mir. Okay. Egal, das können wir auch machen. Springen wir so rum. Und äh. Okay, gut. Wir jumpen hier lang. Jetzt schaffen wir es nicht mehr. Ja, ja. Das ist so. Wenn es wirklich schnell genug ist, dann können wir das. Okay, gut. Okay. Äh. Langsames. Gut. Eins. Zwei. Locken. Ach, scheiße. Eigentlich wäre er nicht geschafft. Wäre gut, wenn du vielleicht da oben unten noch am Boden hinmachst. Ja. Ein Fall der Fälle, dass ich den Sprung nicht hinkriege. Ich denke dran, wenn ich mich hoch zu beschlossen bin. Oh, an der Stelle musst du doch eigentlich gar nicht mehr so viel machen, außer die Forms blockieren. Wir hoffen, dass du irgendwie überlebst und nicht zu schnell machst. Ja. Eigentlich hätte ich dann halt Zeit. Okay, gut. Was denn noch blockiert? Er landet mir nicht auf meinem Kopf. Hi, Mister. So, so. So, so. So, so. So, so. So, so. So, so. OK. Na, das war's optimal, aber egal. Was soll, die sind ja beide da oben. Ja. Die letzten beiden da sind Kacke. Dann kommt das Ziel. Weißt du noch, bevor sie jetzt in der Schadigerung hinkommt? Ich habe keine Ahnung, ich dachte mir, dass sie bleibt, und dann gehe ich dann noch irgendwie rüber. Ich hätte ja vielleicht ein bisschen früher angefangen hätte, loszulaufen. Ah! Ich würde nicht runterlaufen, bitte! Doch, bitte! Ich bin weit genug gekommen. GALA BOOST! BOOST BLOCK ENERGY! Ach ja... Au! Ich glaube aber leichte Weg. Ich muss meinen Sprung ein bisschen anpassen. Dass ich nicht hier gegenlande. So wie bei dem. Lampe? Achso, ja, orientiere ich am Hintergrund. Mist! Wie oft ich jetzt auf den 2 gedrückt habe, dass der nicht springt, Mann! Der 1 ist laufen, 2 ist springen. Und 3 gibt es auf diesem Controller nicht. Das ist, ja, das steht mir hinten noch. Ich bin echt愉 Section 5. Oh, was sind ich denn? Alle haben hier noch an der Stelle. Oh, ich meine mal auf den Nachrichten. Ich bin echt auf der Hauptsache. Ja, da bin ich schon wieder auf der Stelle. Ok. Ich bin schon hier. Ich bin schon hier. Ich bin schon hier. Oh, was ist das? Ich bin schon hier. Ich bin schon hier. ich habe aber wo ich habe so wollte abgegangen ich habe jetzt hier ohne München dann haben wir nichts zu mal gesehen Wolter 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 seine Hände immer so schwitzen Mann schwitzen deine Hände auch? ok Willst du leben oder nicht? Ich hätte gern, dass der Typ mal runter geht immer will er net Der Herr Mr. Fum. Ah, ah, ah! Oh, ah, 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 ah! Was? Verlust du denn auch lang? Ich hab' die Runden erwischt. Ja, ist... Passiert. Manchmal erwische ich nicht die Blöcke, die ich erwischen soll. Oh mein Gott, krass. Wenn du das immer hinkriegst... Und meine... Kannst probieren? Nee, das ist unwahrscheinlich. Kannst probieren, das immer hinzukriegen? Nein, vergessen, ganz sicher nicht. Was ist passiert? Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Hast du dir den schon Zeit gespart? Ah, ah, ah! Ja, ich lebe noch. Komm schnell noch durch. Ob wir wieder auf einem ganz anderen Cycle sind. Nein, nein, das ist schwer. Fahr runter! Naja, genau blockieren. Ja, mach mir den Weg. Der Weg nach Vertania City. Nach Vertania City. Nach Vertania City. Hier bleibt noch ein. Okay. Ja. In dem Fall ist es nicht ganz so gut, dass wir... Hilfe, du hast dich wieder blockiert. Ah! Ah! Scheiße! Die letzten Ball sind aber so kack. Der Münzen schon. Als wenn meine Plattform nicht so breit wäre, dann würde ich die nicht blockieren, aber die blockiere sie ja ab. Das ist ja nicht so gut. Es geht, weil sie gerät. Du kannst nicht. Ich muss immer eine Seite unter uns. Aber du kannst mir doch endlich mal geschützt, die Zeit zu sparen. Ja, ja, nein, nein. Den habe ich gewartet. Sprengen, aber nicht. Gut. Ah! Wieso fällst du unten? Ich muss doch mal einfach... Ich wollte springen, aber bin nicht gesprungen und bin dann einfach nur zwischen den beiden gerutscht, weil so viel Abstand war zwischen denen. Ich wollte noch... Hui! Drückt man ganz viel 2 und nichts passiert. Du überforderst dich nicht mehr dazu. Soll sich Felix dann schon auch bewegen, wie ich drücke? Okay. Okay. Ich weiß nicht. Entweder baust du mir vorher was, oder klarkierst du ihn eins von meinen. Ja, ja. Aber der Block war zu hoch. Den kann ich nicht... Ui. Ich bin hier wieder rutscht. So viel Momentum, dass ich einfach vom Block runterrutsche. Oh, ist das hoch? Ich halte aber etwas hoch. Weil die letzten waren auch nicht gerade niedrig, muss ich sagen. Ich halte aber etwas hoch. Weil die letzten waren auch nicht gerade niedrig, muss ich sagen. Aber Bronze ist doch so Bronzefarben. Scheißegal. Ich weiß nicht, ob wir noch Zeit haben. Ich bin näher als Probebuch für überhaupt ein Ziel. Das Ziel ist im Ziel. Ja, okay. Vielen Dank. Ich war im Zielen. Du erscheint nicht. Ich wollte eine Plattform so setzen, dass du quasi... Ja. Ja. Ja, dass die Münzen quasi direkt über der Plattform... Ja, hätt's vielleicht noch ein bisschen warten sollen. Er war nur nicht so niedrig genug dafür. Ja, das war eigentlich... Eins, zwei, oder drei. Nein. Vorhin nur gestreift. Ja, alles okay. Oh, ne. Die Rote hättest du benutzt. Ich weiß nicht, ob das da aber hingehauen hätte. Du wärst wahrscheinlich über grün gerutscht, aber... Ja, du lebst noch sehr schön. Ja, klar. Oh, Mann! Wenn ich nur ein bisschen schneller am Boden angekommen wäre... Manchmal fällt man zu langsam. Aber ich kann die nicht nach unten drücken. Das geht nur in Celeste. Muss ich die Münze sammeln? Ja, das... Er war nicht so gut platziert. Den Nachbarn. Ja, klar. Nachbar From. Hallo, Mr. From. Das ist ein bisschen sehr eng, aber es hat hingehauen. Okay. Okay, Hilfe. Scheiße. Das ist ein geiles Gefühl. Du konntest nicht. Ich war im Spin Jump. Ich konnte schon noch lenken. Aber ich wusste nicht, wohin ich lenken soll. Ohne Blöcke kann ich mich nicht orientieren. Aber da ist Rumpf. Ach, so ein Mist. Guter alter Mario Galaxy. Wie schade. Ja, steht Mario Galaxy da, wenn du stirbst. ist es auf jeden fall ein text der einen sehr aufregen kann meine augen ich habe es geschafft irgendwie irgendwie bin ich da durchgekommen und irgendwie lasse ich jetzt vor allem du brauchst du hast mir dahin hin aber ich bin da nicht mehr gesprungen aber dann bin ich wieder nicht mehr gesprungen ja ich hab die kontrolle eigentlich losgelassen aber hat hat noch so ein bisschen schwung und der sprung hat mich dann bis dahinter hingekriegt ja keine ahnung irgendwo halt manchmal gehe ich einfach irgendwo hin irgendwo muss ich ja hin was denn stört sich wenn ich auf dem feuerblock stehen er ist doch schön warm ist doch schön warm auf dem block der feuerbar okay ich lauf ich lauf natürlich welche uns lang du bist nicht zu schnell oder was okay ja ja ich log ihn runter okay machst du gut nein scheiße und dann gehen wir da rein ja oh mein gott ist gerade noch geschehen was für was ich mache mein zeit hat mir sogar noch ewig gefühlt ja verbrauchst du aber nur ja das muss jetzt aber reißen du hast ja bei den secret werden auch irgendwann aufgegeben ja das ist das die hier sind noch nicht ganz so schwer wie das wo es dann sicher war aber das ist doch die koordination die nötig ist das ist das ist das ist dann doch irgendwie schwerer zwei level sehe ich das sind dann die letzten da kam jetzt kein neues mehr nur den sieg gell das könnte echt gelassen sein wir werden nicht vergessen heute auch das ist